Die VTOL-Einheit Und das alles wurde erspielt auf Slums Ja, Slums ist eigentlich eine ganz schöne Map Finde ich ganz gut Am Anfang fail ich hier zwar ein bisschen Aber am Ende geht es ordentlich ab Ich weiß, ich spiele hier mit aktiven Killstreaks Und damit widerspreche ich mir eigentlich selber Weil ich in Kernis Video gesagt habe Ich spiele lieber mit passiven Aber naja, die machen im Moment nicht so viele Kills Und ich habe auch noch keinen Swarm freigeschaltet Deswegen muss man hier die Scheiße wieder selbst in die Hand nehmen Muss man wieder selbstständig Kills machen Ey, ist immer wieder schlimm Immer diese Anstrengung, Mann Während des Spielens Mann, 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 Mann Also ihr könnt, wenn ihr Langeweile habt Erstmal die Kills zählen Die ich mit den Killstreaks mache Und dann, ich bin zweimal Zweimal bin ich vor dem Tarn-Heli Ein Kill vor dem Tarn-Heli gestorben Und dann könnt ihr euch bitte selber zusammenreimen Wenn ihr die Kills gezählt habt von den Killstreaks Dann könnt ihr euch selbst zusammenreimen Wie viele Kills es ungefähr hätten werden können Wenn ich das zweimal noch gekriegt hätte Das am Ende wäre knapp gewesen wegen der Zeit Aber trotzdem, das eine Mal wäre locker drin gewesen Wenn ich nicht diesen richtig minderwertigen Tod Gekriegt hätte Da werdet ihr bestimmt schon selber brüllen bei euch zu Hause Obwohl ihr das nicht mal gespielt habt Weil, ja, der war echt minderwertig Naja, das war's jetzt erstmal zum Gameplay Zu diesem Gameplay Ich werde noch was zu anderen Maps sagen Oder, ja, Maps eher Maps Maps eher nicht, sondern, äh Eher Spielmodo Modi Modussen Und Aber vorher wollte ich erst nochmal Was zu Let's Plays sagen Und zwar ist mir das schon ziemlich häufig passiert Auf meinem Kanal Dass ich Natürlich ist es logisch, dass man mal einen Abonnenten verliert Oder zwei auch Oder vielleicht auch mal den Tag drei Aber Ich hatte einfach Das Gefühl, wenn ich Let's Plays hochlade Denn in einem Tag hatte ich zum Beispiel nur Titan Quest hochgeladen Kein Call of Duty Nur Titan Quest Und das hat meinen Abonnenten teilweise gar nicht so gefallen Ich meine, ich bin ein Ich bin ein Let's Player und Commentator-Clan, äh, Clan, sag ich schon Kanal Heute habe ich echt Sprachfehler Aber ich hoffe, das ist nicht so schlimm Ihr könnt es ja mit Humor nehmen Ich kenne ja meine Abonnenten Und D-d-d-d-d-d-d-d Genau Jetzt habe ich fast wieder den Faden verloren gehabt Dann haben mich da eben so ein paar AD abonniert Und ich hatte einfach das Gefühl, dass es da Deswegen war, dass ich nur Titan Quest hochgeladen habe Und kein COD Und Dann denken die sich einfach Ne, der lädt ja gar kein COD hoch heute Ne, D-Abo Kann ich ja morgen immer noch wieder abonnieren Ja, ich finde es Das tut aber trotzdem immer ein bisschen weh Wenn man auf einmal so zwei Abonnenten weniger hat Hört sich jetzt zwar ein bisschen scheiße an Aber Ne, ist wirklich so So richtige YouTuber, die das richtig so wollen Die können das wahrscheinlich auch nachvollziehen Aber Das wird mir jetzt in nächster Zeit nicht mehr so passieren Weil ich werde jetzt einfach Let's Play und Call of Duty direkt hintereinander hochladen Weil Damit Einfach damit jeder was hat Die Let's Player Fans haben dann ihr Let's Play Und die Call of Duty Fans haben dann ihr Call of Duty Video Ich versuche es auf jeden Fall so zu machen Ich habe immer noch keine 50k Leitung Das dürfte noch ein bisschen dauern Bis ich das habe Finde ich eigentlich schade Aber was soll man machen Und ich wollte einfach mal Dieses Video als eine kleine Ansage benutzen Und zwar wollte ich später Wenn ich meine Let's Plays durch habe Wollte ich ein Frage Video machen Und zwar Was ich denn als nächstes Let's Playen soll Ich hoffe da Bis dahin da habe ich noch ein paar mehr Abonnenten gesammelt Die mir ein paar mehr Ratschläge geben können Was ich denn so Let's Playen kann Am besten Nicht zu kurz Und nicht zu lang Das wäre schön So mittellang Das ist so ungefähr um die Ja ich weiß nicht 50 bis 70 Folgen werden oder so Wenn ich so 15 Minuten Parts mache Das wäre echt schön Natürlich will ich auch durch die Spieler Nicht durchrushen wie so ein kranker Sondern ich will das auch genüsslich spielen Genüsslich durchspielen Und alles absuchen So wie man das vielleicht bei Let's Plays Auch eigentlich machen sollte Sonst kann man sich auch Ein Walkthrough angucken da So das war es erstmal damit Und ich wollte jetzt einfach nochmal sagen Zu den ganzen Spielmodi Ich Spiele hier gerade Herrschaft Ist immer noch einer der besten Modi um Seine Killstreaks zu kriegen Seine Pointstreaks Und Headquarters Ist auch ziemlich geil Ihr stellt euch einfach hinter das Headquarters Habt schon wieder euren Headclitcher Spot Und wenn ihr Während des Einnehmens des Headquarters Ein Kill macht Dann kriegt ihr 200 Punkte für Eroberungskill Und das ist echt krass Oder wenn ihr das Headquarters vom Gegner erobert Und deswegen da noch 3 Gegner killt Kriegt ihr auch einfach 600 Punkte Müsst ihr einfach mal ausprobieren Wenn ihr es noch nicht ausprobiert habt Weil das ist echt geil Ich blende hier einfach mal kurz den Zwischenscore ein Wenn ich es nicht wieder verpatze Und Ihr seht Der Score ist nicht so geil Am Anfang Aber der wird noch besser Und ihr müsst euch einfach mal wirklich die Kills reinziehen Die ich hätte machen können Ja So Aber der Modus Sprengkommando Hab ich zum Beispiel gespielt Das ist natürlich der perfekte Modus Um zu spawn killen Zu spawn trappen Ist mir schon klar Nur wenn man keinen Bock auf spawn trappen hat Oder spawn killen Ich find's einfach ein bisschen langweilig Ich mein Würde es auch machen Ich würde Wenn da Wenn auf einmal die ganze Zeit Gegner vor mir auftauchen Lauf ich doch nicht weg Da bleibe ich da stehen Und knall die ab Ist klar Aber Ich hasse es einfach Irgendwie zu spawn trappen Da ist keine Action drin irgendwie Keine Ahnung Ich meine Wenn man jetzt die ganze Zeit So im gegnerischen Revier rumrusht Und sie spawnen immer an anderen Stellen Und du musst da einlaufen Den umbringen Da drop shotten Oder was weiß ich Und den umbringen Dann geht das klar Aber die ganze Zeit an einer Stelle stehen Head glitchen Und was weiß ich Da auf den Spawn ballern Find ich irgendwie doof Oder direkt hinterm Spawn stehen Und dahin ballern Find ich auch scheiße Aber Ich head glitche ja selber Also was soll man machen Ich glaube aber wirklich Fast jeder YouTuber Head glitcht irgendwann mal Und es knatscht Mein Studio wieder so Jetzt dachte ich gerade schon Wieder meine Eltern Kommen hier wieder ins Zimmer Auf jeden Fall finde ich Den Sprengkommando Modus Unspielbar Wenn man Nicht spawn trappen will Wenn du kein spawn trapper bist Dann Brauchst du den Modus Nicht zu spielen Weil der ist einfach Nur für spawn trappen ausgelegt Und das kannst du einfach Nur mit spawn trappen machen Wenn du da versuchst Irgendwie rum zu rushen Und ins gegnerische Revier Rein zu laufen Und stirbst Einfach Du bist einfach tot Das bringt dir gar nichts Ist leider schade Aber naja So einen Modus muss es geben Ich hab den bei MW2 nur gespielt Und da hab ich auch meine Double Nukes rausgehauen Ich hatte zwei Double Nukes Zwei nur Scheiße Davon würde ich heute aber auch mehr schaffen Wenn ich die ganze Zeit Hacker drin wäre Was ich selber zu mir sagen wollte Auf YouTube Ich Als YouTuber Versuche so Wenig wie möglich Auch wenn ich Äh Ja Auch wenn ich was mit anderen YouTubern zu tun habe Versuche ich so wenig wie möglich Beef mit irgendwelchen Leuten anzufangen Wirklich Das hat nur Nachteile Na Nicht nur Diese Leute die Beef anfangen Oder die bei Beef mitmachen Sind ja noch viel geiler Die Leute die da einfach mitmachen Die sind ja noch viel herrlicher Die finde ich noch viel schöner Weil die sagen dann einfach zum Beispiel so Der hat den und den beleidigt Schreiben sie so in die Überschrift So Blablabla Der ist ein Kackspatz Und jetzt wartet mal kurz Zieht euch den Tod rein Zieht ihn euch rein Durch ne RCXD Durch dieses dreckige Fahrene Spielzeugauto Bin ich grad gestorben Vor meiner Streak Ich glaub es einfach nicht Ich war sprachlos Ich hab gebrüllt vor Wut Ich hab hier grad mit dem Crazy geskypelt Und ich hab einfach gebrüllt Ich hab So rumgeschrien Das gibt's einfach nicht Das gibt's nicht Da hat man einmal Glück Mit den Gegnern Und dann kommt sowas Die Streak ist der absolute Müll Die macht höchstens einen Kill Kann ganz ganz leicht kaputt geballert werden Da kannst du gleich die Hunter Killer Drohne benutzen Aber echt Die RCXD ist echt der größte Müll Ohne Scheiß Jetzt bin ich schon wieder auf 180 Damit sollte man kein Commentary weitermachen Aber ich wollte ihnen auch sagen Wo war ich denn jetzt Genau Beef Die bei Beef mitmachen Finde ich geil Schreiben sie irgendeine geile Überschrift Zum Beispiel Ja der und der macht die Scheiße Und so ne Hey der im Real Life Und was weiß ich ne Diesen ganzen Beef Scheiß Der immer mitgemacht wird Nur um Views zu kriegen Machen ja manche wirklich gerne Einfach nur irgendwie bei irgendeinem Streit mitmachen Zwischen zwei richtig großen YouTubern Um dann irgendwie Aufruf zu kriegen Nur denen ist irgendwie nicht bewusst Dass sie oder denen ist es ganz sicher bewusst Dass sie dadurch nur Dislikes kriegen Sie kriegen nur Dislikes auf ihre Videos Und das ist einfach irgendwie dumm Sie haben zwar ihren Fame Die haben ihren Fame Den sie haben wollten Aber was bringt es wenn keiner seine Videos mag Wirklich Ist doch scheiße Kein Schwein mag deine Videos Aber du hast viele Aufrufe Super Hm Ist ja echt geil Finde ich ein bisschen sinnlos Deswegen dislike ich auch fast keine Videos Ich dislike wirklich wirklich selten Wirklich wenn ich mich nur verarscht fühle Gerade von dem Video Und das einfach nur derbe dreckig und scheiße Scheiße finde Aber mir ist das auch kack egal Wenn einer keine Commentator Stimme hat oder so Dann dislike ich es trotzdem nicht Nur weil er irgendwie Eine unpassende Stimme hat oder so Ich geh dann einfach Von dem Video weg Und ja Hab nichts gemacht Ich hab's mir eben angeguckt Da hat er den View gekriegt von mir Und ja Soll er doch haben ne Auf jeden Fall wurde ich jetzt hier gerade bei Skype angeschrieben Aber egal Das Video endet sowieso in 20 Sekunden Ich bin übrigens gerade wieder durch Shotgun Headshot verreckt Eing vor meiner Streak Das regt mich einfach auf Es macht mich einfach nur aggressiv Oh man ey Ich hab so Pech Aber ich hab letztens ein gutes Abschlussbestätigt-Spiel Geschafft Was ich auch noch rausbringen werde Auf jeden Fall Und ja Das Commentary hat doch gut geklappt Ohne Ohne jeglich Fehler Nur 5 Failaufnahmen oder so Ich hab hier 65 zu 6 Und bitte einmal nachrechnen Wie viele Kills es theoretisch hätten sein können Und ja Haut da rein Leute Euer Fungi Peace Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal